Hallo! Wir sind jetzt hier gerade vor den goldenen Bögen des Geschmacks, haben ein herrliches Frühstück eingenommen und wir wollen euch unsere neue Tour-Aktion vorstellen. Und zwar wird es jeden Tag eine Aktion geben, die einer von uns auf der Bühne zu erledigen hat. Wir haben gestern in Halle gespielt. Halle war übrigens der Hammer. Und heute spielen wir in Burg Lengenfeld und heute beginnt quasi der Aktion, der blinde Aktionismus-Wahnsinn. Und heute wird quasi der Kollege Jochen hier 30 Sekunden lang sich auf der Bühne am Stück im Kreis drehen müssen. Auf der Stelle. Das klingt doch nach jeder Menge Spaß und Action. Oder etwa nicht? Und das seht ihr dann natürlich im morgigen Tour-Diary von Hyrex TV oder so. Ey, Burg Lengenfeld, bis heute Abend. Alle anderen, bis morgen. Servus! ... ...